Twitter wird seinen Mitarbeitern erlauben, auch nach dem Ende der Corona-Krise uneingeschränkt im Homeoffice zu arbeiten. Der Kurznachrichtendienst erklärte, wenn unsere Beschäftigten in einer Rolle und Lage sind, die es ihnen erlauben, von zu Hause aus zu arbeiten und sie für immer damit weitermachen wollen, werden wir das möglich machen. Die vergangenen Wochen hätten gezeigt, dass es funktioniert, wenn Menschen an verschiedenen Orten zusammenarbeiteten. Wie die Website BuzzFeed berichtete, können die Twitter-Mitarbeiter nun auch bis zu 1.000 Dollar für ihre Homeoffice-Ausstattung ausgeben. Twitter gehörte zu den ersten Unternehmen, die nach Ausbruch der Krise die Mitarbeiter zum Arbeiten ins Homeoffice schickten. Die Büros sollen nun mindestens bis September geschlossen bleiben. Das Unternehmen hatte nach jüngsten Angaben zum Ende vergangenen Jahres 4.900 Beschäftigte.